Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu unserem Nostalgie-Let's Play. Willkommen zurück zu Command & Conquered, der Tiberium-Konflikt. Wir gehen heute weiter auf der Suche nach Cain. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Commander. Es war mein Fehler. Cain hat sich im letzten Moment aus dem Labor geschlichen. Schlipfrech wie ein Aal, aber nicht mehr lange. Seine Truppen quetschen sich durch diesen Hohlweg, offenbar um sich beim Hauptquartier zu sammeln. Wenn sie schnell genug sind, können sie die gesamte Nordarmee im Gänsemarsch erledigen. Unsere Strategen versuchen so lange das Hauptquartier zu orten. Zeit für den Fangschuss, Commander. So, da sind wir und wir suchen die bösen Jungs. Zeit für den Fangschuss, aber ich meine mich hier zu erinnern, das war ein dieser nervigen Level überhaupt. Und wir gucken mal, wo wir hier überhaupt, was hier Phase ist. Hier ist eine Brücke. Immer zuerst aufklären. Und auch hier ist eine Brücke. Hinter jeder Brücke lauert ein Feind. Und wir schauen als allererstes hier an der Seite. Bevor wir hier... Okay, da oben... Wir sehen, da oben steht ein Hammer. Bevor wir hier die dicken Fahrzeuge bringen, bleiben wir erstmal... Hammers sind blöd. Vor allen Dingen, wenn sie schon in Position sind. Wir probieren hier mal... Er sagt, der Hammer sind blöd. Äh, ja. Ja, können wir ein bisschen tanzen? Komm, Blech, Bubi, tanz mal. Falsches Spiel... Ah, schlecht getanzt. Wir haben einfach kein Rhythmusgefühl. Macht aber nichts. Der Kollege hilft. Jawohl, Sir. So. Gucken wir mal, ob du mehr Rhythmus im Blut hast. Jawohl, Sir. Und... Breche auf. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Oh, hallo. Ihr seid zu zweit. Bestätigt. Das ist ja widerlich. In Ordnung. Jawohl, Sir. Breche auf. Könntet ihr mal... Jawohl, Sir. In Ordnung. Gucken wir mal, wie viel Rhythmus da im Blut ist. Ihr bleibt da stehen. Jawohl, Sir. Das ist ja frech. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. So, wir sind weiter auf der Suche nach dem Hohlweg. Jawohl, Sir. In Ordnung. Und... Ja. In Ordnung. Breche auf. Das hier sieht schon ziemlich danach aus. Durch diese Hole. Und dann Gasse. Breche auf. In Ordnung. Bestätigt. Und dann muss er kommen, wie im schlechten Erwachsenenfilm. Breche auf. Breche auf. Okay. Okay. Kommen wir hier durch? Ja, kommen wir. Da sind nämlich auch meine Freunde. Jawohl, Sir. Recher auf. Okay, kommen wir nicht. Okay. Bestätigt. Damit wissen wir, was da oben war. Bestätigt. Recher auf. Ich tippe auf weitere Geschütze. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Recher auf. In Ordnung. Ja, guck mal da. Da fahren wir doch mit den richtigen Fahrzeugen hin. Bestätigt. Breche auf. In Ordnung. Bestätigt. Jawohl, Sir. Okay. Da ist die Map zu Ende. Okay. Da fahren die hin. Jawohl, Sir. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. Jawohl, Sir. Ich... In Ordnung. Jawohl, Sir. Ihr macht das gut. Okay, da sind noch Freunde. No, no, no. Recher auf. Okay. In Ordnung. Äh, ja. Recher auf. Ja. Bestätigt. In Ordnung. Ja, ja, ja. Wir fahren hier mal runter. Bestätigt. Sönt ihr nicht rückwärts kämpfen, vorrücken? Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Warum kann der immer ins A einfluchen? Jawohl, Sir. Kann der echt nur im... Stationär feuern. Marmot ist auf jeden Fall in Position. Jawohl, breche auf. Breche auf. In Ordnung. In Ordnung. Breche auf. Bestätigt. Und ihr erkundet hier oben. Jawohl, Sir. Bestätigt. Breche auf. Breche auf. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. In Ordnung. Okay, hier kommen sie auf jeden Fall nicht runter. Bestätigt. Aber das da ist natürlich extrem unangenehme Zeitgenossen. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Aber wenn die hier sind, dann... Jawohl, Sir. In Ordnung. Breche auf. Jawohl, Sir. Müssen wir mal gucken. Jawohl, Sir. Ja. Das macht er gut. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Breche auf. Das waren auf jeden Fall noch... Jawohl, Sir. In Ordnung. Die... Ja. Genau. Aber die bringen wir hier echt nicht in Stellung. Na dann hier hin. Jawohl, Bestätigt. Breche auf. In Ordnung. Aber er müsste doch da hinten irgendwo... Breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Breche auf. Okay, das ist schlecht. Bestätigt. Könntet ihr das hier... Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Okay, jetzt kommt er erst runter. Okay. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Oh, okay. Also elegant haben wir es bisher nicht gelöst. Breche auf. Jawohl, Sir. Aber auf der anderen Seite, wir haben es gelöst. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. Bestätigt. Bestätigt. Vermutlich war der Plan gewesen, schnell da hoch zu kommen und dann da runter zu feuern. Naja. Jawohl, Sir. Breche auf. Irgendwas ist immer. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Was macht ihr eigentlich da hinten? Jawohl, Sir. Ich hab euch da runter geschickt. Breche auf. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ja, Papa. Ja. 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 So, du kannst hier erstmal zurück und ihr seid unterwegs, das ist fein. Jawohl, Sir. Und du kannst hier aufklären und du kannst hier runterkommen. Und dann gucken wir mal, was wir hier finden. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Breche auf. Wieso? Och Mann. Also heute. In Ordnung. In Ordnung. Breche auf. Das ist die Gasse. In Ordnung. Breche auf. Breche auf. Ach, guck mal da. Bestätigt. Die sollten wir hier definitiv nicht durchlassen. Jawohl, Sir. Die sind... Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Die sind... Jawohl, Sir. Das ist doch die problematischste aller Truppen. Der jude, alte Tani. Jawohl, Sir. Der jude, alte Tani. Jawohl, Sir. Wo ist denn der zweite Stahlhagel? Da unten. Na gut. Bestätigt. In Ordnung. Dann bitte nach da. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jetzt bist du unser letzter Aufklärer. Breche auf. Hier seid meine letzte Aufklärung. Breche auf. Helft mir, Obi-Wan. Bestätigt. Ja. Jawohl, Sir. Mach du das mal. Breche auf. In Ordnung. Okay. Da ist eine Brücke oder sowas. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. Und hier hatten wir ja schon aufgeräumt. Da waren ja die Frets unten. Jawohl, Sir. Bestätigt. Das heißt, wir rücken vor zur Brücke. Jawohl, Sir. Du checkst mal, was auf der anderen Seite der Brücke ist. Bestätigt. Okay. Breche auf. Breche auf. Da stehen Panzer. Breche auf. Okay. Jawohl, Sir. Wir bereiten das vor. Kommen wir da hoch? Nein. Da müssen wir irgendwie durch die Panzer durch. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Das klingt ja wohl nach. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Eine Aufgabe für Mammut, Mammut. Sollten wir da unten mal gucken, ob wir da noch irgendwo was finden. Bestätigt. Nicht, dass uns da irgendjemand durch die... Breche auf. Jawohl, Sir. Verstetigt. Jawohl, Sir. Verstetigt. Ja, genau. Durch die Lappen gegangen ist. Ist aber nicht. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Die kommen ja... Die tauchen ja auf wie Gänseblümchen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Breche auf. In Ordnung. Einheit verloren. What? Wie Gänseblümchen. Sag dich doch. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Erledige das. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Der Pancha nickt. Hier war's. Jawohl, Sir. Wir erinnern uns. Jawohl, Sir. Breche auf. Breche auf. Jawohl, Sir. Gleich zwei von den Mitgliedern. Jawohl, Sir. Bestätigt. Einheit verloren. Bestätigt. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Okay, haben wir aber erledigt. Jawohl, Sir. In Ordnung. Dreckspatzen. In Ordnung. Jawohl, Sir. Aber gut. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Es wird, es wird. Jawohl, breche auf. Bitte weiter aufklären. Jawohl, Sir. Breche auf. Wir werden leider auch nicht mehr, aber hier oben dürften wohl noch, genau. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Reche auf. In Ordnung. In Ordnung. Genau sowas sein. Reche auf. Bestätigt. Jawohl, Sir. In Ordnung. Reche auf. Jawohl, Sir. Reche auf. Und wir wissen ja, die wollen wir loswerden. Ja, letzte Brücke. Was letzte Brücke? Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Reche auf. Jawohl, Sir. Wie immer anbrücken. Lass den Mammut vor. Der hat den Anti-Not-Filter drauf. Reche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Reche auf. Jawohl, Sir. Bestätigt. Okay, das sieht okayisch aus. Weg damit. Jawohl, Sir. Bist du der Letzte? Jawohl, Sir. In Ordnung. Einsatzziel erreicht. Du bist das Letzte. Das geht zwar besser, aber wir sind im Ziel und yo, 100% Effizienz, aber Führung war noch nie gut. Naja, in diesem Sinne, wir haben es so weit geschafft und jetzt dürften wir, wir wissen es, kurz vor knapp sein. Ja, Ziel wählen. In diesem Sinne, für heute war es das. Wir sind an der Adria-Küste, ja eigentlich nicht, Adria-Küste ist ja hier, ne? Wir sind im Hinterland. Wir sind ein bisschen im kroatischen Hinterland, macht aber nichts. Wir sind da, der Tempel ist da, beim nächsten Mal geht's rund. Und ich wünsche euch ne schöne Zeit. Tschüss, bis dann.